Was sagt er immer zu Longboards? Sind schwul, sind für Homos, sind für Hipster, sind scheiße. Was sagt er immer? Kann man auch ein normales Brett fahren? Ja, Longboards sind schwul, das sagt er. Das ist so ein Prinzip-Hater, siehst du? Ein kleiner Prinzip-Hater, aber er fährt es trotzdem. Peinlich. Ich muss schon sagen. Wir flocken das nochmal, damit man auch sieht. Oh fuck, ich flock mal hier anders. Das ist ein Nostara-Forts-Flock. Mein Handy, mein BH-Book raus? Nein, mein BH-Book, aber ich glaube nicht. Oh, 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 oh. Goldini. Ein Goldini-Flock hier? Kann man gleich wieder poke-zecken. Aber das war ja eigentlich der Longboard-Hater-Flock. Ach so, ja, genau. Ciao, Peace.